Das einfachste Rezept, wenn ihr unterwegs seid und Hunger bekommt – Bier! Zuallererst mal den Gasgriller aus dem Auto holen, Gasgriller anmachen, Pfanne raus, Olivenöl, Gnocchi und eine geile Pasta-Sauce. Deine Lieblings-Knockers rein, schön braun gebrannt wie ich aus dem Lignano-Urlaub. Direkt aus dem Kofferraum unsere Bolognese. Und wie jeder Neapolitaner holen wir den Parmigiano aus dem Handschuhfach. So, I'm for Cage. Up nach Lignano, ragazzi.